Boah, lauf doch mal, du Spasti! Komisch, weil musst du erst mal irgendwie zu viel Internet und doch mal irgendwas Falsches sagen? Boah, essen, ne? Werd ich mir einfach schön die fetten Meatballs holen, ist mir jetzt kack egal. Und das dann kann ich auch essen, weil mein Gehirn voll im Arsch ist. Ähm, verdammt. Ne, kochen kann ich nicht. Blitz eingeschlagen. So? Mein Gehirn ist auch verdammt weit unten. Ja, da musst du dies... Oh, oh. Essen! Auf der Seite ist nämlich auch was drin. Ja, das ist das gekochte, das andere ist ja nur so... Naja. Essen, was man eigentlich verbraten kann. Wenn du die ganze Zeit am kochen AG gewesen sagst. Ähm, ja. Naja, eigentlich an... herstellen. Nö, was für nicht. So. Kochen. Na, jetzt tust du das aber auf. Wenn das dann wieder Tag wird, nochmal auf dem Weg. Ähm. Und kochen. So, wird fertig. Weiter kochen hier. Ich kann das schon mal reinpacken. So. Ähm. Das nächste hier fertig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und was brauchte man denn dafür eigentlich? Kochen. Ähm. So. Ein. Eins, zwei, drei. Einmal kann ich noch kochen. Wir brauchen ja noch Kescher, ne? Ja. Um Bienen zu fangen. Könnte man die denn nochmal machen? Äh, bei Survival sind die glaube ich. Der Master und Fisch hier wird. Bagnet. Da brauchen wir ja noch Schwinnweben. Ja, ich weiß, dass wir Schwinnweben brauchen. Na, ich will die Gräber jetzt ausnehmen. Ich will mir so ein... So ein... Stab machen. Ja. Ich will mir so ein Stab machen. Und so, das letzte Essen kocht. Das bleibt hier. Ja. Machen wir. Ich will mir so ein Ding mit. Wollte ich grad reingucken. Was war denn die ganzen Seats, die da drin sind, ne? Ach, hier sind noch Büsche drin, oder was? Jo. Deine ollen Barthaare hier. Aber ich mag den Blitz grad nicht, der aufgeladen ist. Das sieht doch gar nix. Jetzt so BABAM! Der Power ist mein! Oh, der Power ist nicht mein! Ja. Sei froh, dass ich noch Holz mit hatte. Jetzt hab ich auch nicht immer mit. Daher geht's schon runter. Hm. Hm? Oh, ne, kann ich jetzt gar nicht raussehen. Musste Blümchen sammeln. Ich hab jetzt hier alles rein, sonst wär meine Blumen. Ja, mach mach. Ich bringe hier nix. Hast du eigentlich hier noch was zum reinschmeißen? Ne, ich hab komplett alles verbraten. Okay. Ich mach mir schon mal nen Speer. Tannzöpfen, das kann hier rein. Kannst nicht mal du dämlicher Schatten. Kommst dann gleich mit hoch, oder was? Ne. Ne? Ich wollte mir jetzt so ein Stabes holen. Da sind Gräber oben. Ne, da komm ich mit hoch. Ähm. Hab ich doch eben schon gesagt. Ich guck mal grad, was ich im Moment hab. Warte, die Souls, die tue ich hier rein. Könnte, die Forker bleibt hier, die Speer bleibt hier, die Schaufel bleibt hier. Ich hab noch Mist dabei. Nehm die scheiß bisschen loswerden. Eigentlich ist das nur grad aus. Grade aus, nach oben. Ja, muss ich sehen, dass die bisschen loswerden. Immer den Weg folgen. Ja, dann, go, go, go. Sag ja immer dem Weg folgen eigentlich, ne? Weswegen? Ab aufm Weg. Na, ich will aber alles mitnehmen. Essen technisch. Renn schon mal vor. Wie gesagt, einfach dem Weg folgen. Und ich spring natürlich wieder zurück, ist klar. Warte mal. Ah, gleich zum Hauptweg drauf, ne? Naja. Das Essen muss ich alles mitnehmen. Hm, mach mal. Hey du Sack. Was denn? Bist du dumm? Die wollte ich grad aufsammeln. Doch. Zu spät. Ich war schon dabei und bei mir leckt das halt so sehr. Tschüss. Vorab. Stört mich nicht, weil das... Ich könnte ja nochmal ihn superschnell laufen lassen. Froschlis! Der kann wohl denn, wenn man da zurück springt wieder. Gut genug. Aber sind viele Froschlis. Ja. Du hast oben aber einen Geist jetzt beschworen, ne? Nö. Boah, du Spaß. Lauf doch mal gerade hoch und nicht irgendwie wieder hin. Der hätte, der hätte... Die Nacht wird wieder länger. Ja. Haben wir sehen. Hey du Arsch. Such doch deine eigene Blumen. Hm, such doch deine eigene Blumen. Bei mir leckt das nur zu sehr. Weiter den Weg, weiter den Weg, weiter den Weg... Oh. Oh. Monster Fleisch gegen Biene. Ja. Da wurde der Quitter gekillt. Na, den sammle ich einen in den Stachel? Den ich da reingeloggt hab. Also... Warum machst du sowas? Der war eigentlich ein Geist, sagen wir mal so. Also voll verängstigt. Ja. Mach du mal den Weg da, Frank. Viel Spaß. Warum? Weil du falsche Richtung jetzt läufst. Ja, warum sagst du da nichts? Jetzt weiß ich nicht, wo du hingelaufen bist, ne? Ja. Darum bist du da. Bist du nicht überwitzbollt? Bist du nicht überwitzbollt? Bist du auch noch wo lang ich bin? Ne. Doch. Und Blumen helfen für das Gehirn noch gar nicht. Nein. Blumen ist... Wenn du die aufsammelst, helfen die ein Ding. Wow. Mehr nicht. Dafür sind die da. Köter. Lasse doch. Köter gegen Bienen. Na, die Bienen sind ja gleich tot. Und gleich kommen die Köter zu uns. Ja, dann lauf doch. Ja, da kommen sie schon. Ja, wo ist denn dein Ding? Lauf doch weiter. Ja, lauf doch weiter. Ich muss da oben lang. Gern. Schön. Natürlich geht er auf mich los. Schreib ihn an. Du willst wohl, wenn ich da mal rankommen würde. Lauf du zu deinem Ziel hin. Wo du hin musst. Ich hab den Köter. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken eigentlich. Mehr Köter. Komm zu mir. Komm zu dir. Komm zu dir. Komm zu dir. Ja. Schön. Ich hab noch nicht mal einen Ort zum Feuer machen, ne? Ja, willst du gleich haben, oder nicht? Ja. Wenn ich mal mein Backfinden würde. Ach, hier ist auch noch ein Wurmloch, ist doch geil. Ja. Hier. Ich hab alles. Ja. Weißt du, wo die Hunde sind auf die Gräber. Ist egal. Du spring durch, die Hunde geh mir auf den Keks. Ja. Ich geh jetzt. Geh du zum Wurmloch. Das ist ein was gewesen jetzt. Du kommst von mir näher. Oben, 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 oben. Ja, ich hab schon gesehen. Jetzt geht der Köter auf mich los. Jetzt geht der Köter auf mich los. Jetzt nicht mehr. Tschüss. Wo lande ich? Ist mir egal, wo ich lande. Wir sind ganz weit unten im Unkellande. Oh, Gräber.